Hallo, ich bin Larissa von der Chalerie Gregor Kühnutz-Altges. Ich bin in einer vierten Generation als Synologin tätig und bin sozusagen mit den Fußstopfen von meinem Papa und meinem Grosspapa getreten. Ich bin besonders stolz auf sehr viele Sachen, vor allem auf die Traditionen von Ischuhvorgängern weitererführen und dass ich auch die Freiheit habe, etwas Innovatives und Neues zu kreieren. Wir müssen hier unbedingt gehen, in Rettbergen und im Dorf um die Stimmung des Dorfes kennenzulernen, vor allem auch speziell in der Winterzeit. Zudem ist Salkes ein super Ausgangspunkt für Schuster das Wallis kennenzulernen und was wir euch haben, was sehr speziell ist, ist unsere Zweisprachigkeit. Also, der Viva, den ich auf Gero wollte vorstellen, ist der Gregor Kühnutz, der Selektion Gregor Kühnutz. Das ist eine Viva, die am 85. Geburtstag von meinem Grosspapa gemacht haben, damals im 2004. Das ist eine Assemblage, die wir mit ihm zusammen kreiert haben. Das, was da drin ist, ist ein Geheimnis. Das hat er mit sich mitgenommen und der Einzige, die das jetzt heute noch weiss, bin ich. Und das ist auch Viva eigentlich zu jeder Gelegenheit. Post und Viva sehr viele Leute Gero haben und widerspiegelt sehr, sehr gut die Genie mit Persönlichkeit.